Wie viel sind denn das? Boah, das ist eine komische... Ja, okay. Oh. Oh, wo geht's denn hier hin? Ah, hier kann ich jetzt hier rüberspringen. Aber das mache ich nicht. Das schaffe ich doch nochmal, da hoch irgendwie. Ja, versuch's, also ich... Das müsste eigentlich funktionieren, bis Runde 10 unbeschroben. Ich muss aber warten, dass die Zombies weg sind. Wenn wir beide die Waffe hier hätten. Ich hätte ja gedacht... Alter... Fleck. Ist blöd. Wer etwas anfasst, muss mit den Tantequenzen leben. Mein Gott. Boah, das tötet die Letzte noch nicht. Nein, spät. Warum machst du? Mais dann. Weil du's so spät gesagt hast. Ich hab's eigentlich viel früher gesagt, aber du weißt... Ja... Ach, nö mit in ruhe man kann ja auch teleportieren Ich kann verarschen. Wie viel sind das? Kratz du mich? Dann kratz ich zurück! Ey, die sind auf dem Kopf. Ich hab mich bei dir da unten getroffen. Nein, 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 nein! Ja, Mann! Wie viel noch? Wie viel sind das? Das gibt's doch nicht. Nachhinein. Boah. Boah. Scheiße ist das. Ich hab schon wieder da unten. Ich hab schon wieder da unten gespawnt, ey. Ja, warte. Ah, nein! Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Okay. Kann ich? Kann ich nehmen. Okay. Ja. Boah. Zum Glück. Oh, mehr geht wirklich nicht! Okay. Jetzt noch zwei Runden überleben, okay? Das kriegen wir hin, außer wenn wir ja... Außer wenn wir... Aber insta-kill. Insta-kill! zuerst! Quatsch. Das kriegen wir hin. So. Bin ich wenigstens hier. Müssen wir so aufpassen, ne? Sprech! Ich versuch aufzupassen, ne? Ich leck' aber irgendwie so ein bisschen bei mir. Hm. Ja, du hast doch nur drei Striche, also. Boah. Das ist irgendwie... Ein bisschen... Hm. Also die Map ist eigentlich ganz gut, nur irgendwie... ein bisschen unübersichtlich. Und total verwinkelt und man weiß nicht, wie ob man zurückkommt. Oder besser, wir wissen nicht, wie man zurückkommt. Das hier ist zu eng hier eigentlich. Ist der gestorben, der ohne Kopf? Ja. Gut. Boah. 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 Okay, jetzt sind wir in Runde 9. Und dann noch... Haben wir es ja gleich. Dann lassen wir am besten den letzten Vombi leben. Und... Gehen zum Strom und dann mal... Tötenwannen und dann können wir ja dann den Strom anmachen, wenn wir... Genau. Aber ich kaufe mir dann nochmal Muni. Weil ja... Wie es hier aussieht. Das Haus ist einfach mal falsch rum, ne? Ja. Da oben ist der Boden und hier oben ist die Dicke. Warum ist es falsch rum? Ich auch gerne mal wissen. Das hat doch niemand auf den Kopf gestellt. Das steht doch immer noch auf dem Boden. Ja. Hm. Aber egal. Wie viele Schüsse man jetzt schon wieder braucht. Ja. Man fang schon an zu rennen. Hä? Ich dachte, du hast doch leicht gestellt. Habe ich ja auch. Im Runde 8 fangen sie an zu rennen. Ist doch okay. Äh, Runde 9. Munition. Warte mal nach. Warte, jetzt. Schau dir die ganze Muni an. Lag da zu... Ja. 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 Wie viele kriegen jetzt die Profil oder... Hoffe ich. Die Runde 10, ne? Na? Medaillen sind mir egal. Für mich zählt nur der Spaß. Stimmt. Erst Runde 10 beenden, ne? Hm. Naja. Werden wir wohl hinkriegen. Das kriegen wir hoffentlich auch noch hin. Wenn nicht, dann liegt es entweder daran, dass wir es halt gerade leicht haben oder... Dann müssen wir es halt auf schwer nochmal befinden. Ich glaube, die Viecher da auf schwer... Oha. Nein! 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 Jetzt habe ich's gerade bekommen. Ah, jetzt, jetzt habe ich's. Es war noch den, Mann. Kannst du mich? Dann kannst du zurück. Vergiss es. Lauf einfach. Ruhu! Ruhu! Heulst du jetzt? also einfach weg jetzt komplett einfach weg versuch zum strom was ja was ich bin darunter gesprungen was willst du mich jetzt verarschen naja immerhin die erste trophy ich hab sie auch bekommen stromlos topflos oder so ja ja okay bevor sie den strom entscheiden ja okay also noch mal kann ich ja nach einfach noch mal weil aber die elektrische immer so deswegen sterbe ich nicht das ist scheiße ja du sollst eigentlich die lobby was hängt irgendwie das hängt irgendwie und dann bin ich tot irgendwie scheiße ja eigentlich müsstest du hosten ja ja aber ich glaube nicht dass es geht weil wenn du hast es dann habe ich ja eigentlich dürfte sich ja nichts ändern weil ja schon wieder ja ja natürlich kein cut geworden alles hat erzählt habe ich jetzt schon erzählt dass man bei unity media eine 100.000er leitung bekommen hat über kabel tanzen jahr ja ich habe im internet gelesen also jedenfalls dass hier im bereich äh ich habe im kabel fernsehen und dann mit unity media ich habe im internet gelesen also jedenfalls dass hier im bereich wo ich wohne halt dass da jetzt internet ausgebaut wurde also jetzt nicht da wo ich jetzt bin sondern woanders in der nähe und da soll 100.000 der leitung liegen sollen hunderttausende leitung liegen und das ist fast nah bei mir dran also ja die haben gesagt dass in zwei jahren soll das hier im kompletten bereits nicht mal dran und das wäre dann so übernächst es ist nacht aber dem ja okay ist auch komisch da ist die sonne und dann ist da schon dunkel aber der mond schon auf ist das leben warum das ist ein hinderloh da hast du das menü mal angeguckt wenn du die maps auswählst da fliegen dann so steine um die welt um die erde rum und das sind die mussten mal gucken bevor du überhaupt vor wo du luke town transit und so auswählen kann anpassen muss mit den konsequenzen leben das lasse ich mir ein fliege ich bin tot nein ich kann mich nicht mehr bewegen du bist nicht tot du bist nicht tot du bist nicht tot die beide sind aber gleich tot nein ich bin tot ich bin tot ich kann mich grad nicht mehr bewegen wo bist du wo bist du hin du standst gerade da und dann warst du weg reiten können alleine reicht nicht man muss auch wissen wie man fällt was das sieht nicht noch viel aus aber es könnte nützlich sein ja ich hab das andere genommen was auch immer das ist versuchen wir mal hier zu gucken ob ich hier noch hier kann man die tür öffnen hier hier kann man da rüber vielleicht ich mach ich mach machen wir einfach mal auf kommt man da rüber glaub ich nicht aber man kann hier man kann hier rund kommt man hin ich kann hier ein teil zusammenfügen du musst einfach runterspringen also nicht rüber springen sondern runterspringen einfach da vorne hin und runter fallen lassen ja genau hier kannst du meinen tisch was zusammenbauen ja kann ich was ist das denn die schleuder die schleuder heil benötigt das spart mir Zeit das sieht aus als wären sie bereit fürs abdessen kann man nicht weiter da kann man auch nicht weiter das gerät allmählich aus den Fuß jetzt kommen alle scheiße rasmen das musst du dir ansehen jetzt bin ich sauer hier kann man aufmachen wo bist du hier kann man aufmachen hier hier kann man runden ne 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 die die dich muss nur einmal treffen die sterben sofort die huern sind sie mit seiner wache innegang na muss man nicht man muss nur noch einmal treffen und sterben die egal diese ich geh jetzt nicht mehr was das denn Der wird. Wo ist die Waffe? Ich bin tot. Wo ist die Waffe? Hier. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann nichts mehr machen. Das sind drei Stück. Nein. Die Viecher sind doch krank. Die Viecher sind krank einfach. Die Waffe ist auch scheiße. Oh Mann. Was ist das denn für eine Map? Oh, wie hängt das die ganze Zeit? Lass mal das zum Haus versuchen. Ja, dass du Host bist. Okay, dann machen wir eine kurze Aufnahmepause. Du fängst die ganze. Ich kann gar nicht richtig spielen. Ja, das sind nur so. Das sind nur so. Dein Ton kommt perfekt an. Ohne Ruckler, ohne alles. Also wir machen jetzt mal eine kurze Pause und tauschen mal den Host. Versuchen sie jedenfalls. Ja, also dann. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich.